2020 hat uns alle gefordert, auch die Feuerwehr. Wir haben Brände gelöscht und das in noch nie dagewesenen Dimensionen. Wir haben gegen einen unsichtbaren Feind gekämpft und waren damit weltweit nicht alleine. Wir haben die Digitalisierung der vergangenen zehn Jahre in kürzester Zeit nachgeholt und sind so auf Distanz gegangen, um andere und auch uns selbst zu schützen. Wir haben uns tagtäglich auf neue Situationen eingestellt und auch so manche Kuriose erlebt. Was wir dieses Jahr trotz aller Distanz nicht vergessen haben, Menschlichkeit. Füreinander da zu sein und aufeinander acht zu geben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017